Hey Leute, heute zeige ich euch wie ihr komplett einfach und zwar während ihr AFK seid, also nicht am PC seid oder auch einfach im Hintergrund Geld verdienen könnt. Das ist wirklich ganz einfach, da geht ihr einfach mal auf die Website sellit.io, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Dann klickt ihr hier auf Download Sellit, dann müsst ihr hier noch Download Now klicken und dann wählt ihr hier eure Plattform aus. Dann könnt ihr euch schon den Installer für die App quasi downloaden und dann klickt ihr einfach im Installer dann ein paar mal auf weiter und noch auf installieren. Genau und dann habt ihr die App auch schon und ich zeige euch jetzt wie ihr euch dann ein Konto erstellen könnt und wie ihr dann Geld verdienen könnt und vor allem auch wie ihr euch das auszahlen lassen könnt. Das ist auf jeden Fall echt die beste App für sowas finde ich und jetzt würde ich sagen machen wir damit weiter. So Leute, ihr seht hier schon, wir sind jetzt hier in der Sellit App ganz neu und dann müssen wir hier erstmal auf Login drücken und dann erstelle ich mir ganz schnell mal ein neues Konto. So Leute und ihr seht hier, ja ich habe meine E-Mail verifiziert und wir sind jetzt hier eingeloggt. Ja ich habe jetzt hier genauso wie ihr auch noch 0 Dollar und genau ganz wichtig, geht hier einmal bitte auf Earn und dann geht ihr auf Referrals und dann geht ihr hier bitte einfach meinen Code ein. Genau den seht ihr jetzt auf eurem Bildschirm, geht den da ein und bekommt ihr doppelt so viele Punkte, also doppelt so viel Geld Leute und ich denke das wollt ihr alle. Und dann klicken wir hier einfach auf Start und dann ist es auch schon gestartet und damit verdienen wir dann quasi einfach Passivgeld, ihr könnt das auch ausprobieren. Ich habe das auch schon mal auf einem anderen Account gemacht, genau. Ja Leute, das ist das hier mit dem kleinen Tutorial. Ihr könnt euch das übrigens in Amazon, Paypal glaube ich auch und auch in Discord Nitro auszahlen lassen. Also das ist auf jeden Fall echt eine richtig nice App, macht es gerne wenn ihr AFK seid, mache ich übrigens auch jetzt hier auf meinem neuen Account. Und ja, danke fürs Zuschauen Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt einfach auf meinen Discord Server. Haut rein, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo und ein Like dabei, ich bin ein Likeer. Haut rein und ciao.